ja hallo und herzlich willkommen liebe Leute hier ist wieder euer Album jetzt erst mal ein richtig fettes Dankeschön ich habe es endlich geschafft nach fast einem Jahr oder mehrere Jahre keine Ahnung 200 Abonnenten zu erreichen ich bin wirklich unglaublich stolz darauf und ich bin unglaublich stolz auf euch dass ihr mich abonniert habt ihr werdet es auf jeden Fall nicht bereuen hoffe ich zumindest ihr könnt mir schreiben warum habt ihr mich überhaupt abonniert das würde mich überhaupt mal direkt interessieren waren es meine Mondtapes waren es meine Let's Plays waren es meine Gameplays whatever sagt mir warum ihr überhaupt nicht gewählt habt also wie gesagt erst mal wirklich ich bin total sprachlos 200 ist eigentlich nicht viel würden es die großen YouTuber sagen vielleicht aber für mich ist es Weltklasse also ich finde das richtig geil also 200 man sind eine ganze Menge Leute auch wenn da von 4910 20 aktiv sind trotzdem freue ich mich ganz ganz darüber dass ihr euch diese Videos von mir halt anschaut ja gut wie gesagt wie ihr schon vielleicht in der Videobeschreibung zumindest im Teller lesen könnt Abonnenten Special ja was heißt Abonnenten Special äh doch Abonnenten Special 200 Abonnenten genau ich werde es ähnlich nennen auf jeden Fall werde ich direkt ein Special Video machen ein richtig cooles ich hoffe es ist cool geworden das wird cool hoffe ich mal weil ich bin noch im Arbeiten dran das sind genau 1 200 Abonnenten Special jetzt habe ich es mache ich dann und wünsche ich euch dann viel Spaß beim Gucken und dann noch mal vielen 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 Dank für 200 Abos ich bin total glücklich also ich freue mich ganz darüber mal sehen wir mal dann 300 kriegen weil da wäre 300 Mal ich dann das nächste Special bei 400 500 und so weiter gut dann viel Spaß beim Video bis dahin ne ich hause mit irgendein Boom und man sieht sich auf dem Schlachtfeld die Untertitelung des ZDF, 2020 BAM! 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 BAM!